Ja, willkommen zurück, liebe Freunde. Ob ihr es glaubt oder nicht, das ist der sechste Versuch, ein Lettergame aufzunehmen. Ich erzähle euch auch, was die ersten fünf Games passiert ist. Es waren vier Zergs und ein Protoss. Der erste Protoss hat mich gepeil-brushed. Der erste Zerg, One Base Bending Bust. Der zweite Zerg, One Base Ovalon. Mars-Slinge in meine Base gedruckt. Der dritte Zerg, One Base Mars Speedlinge. Und der andere, keine Ahnung, jedenfalls, was ich mit sagen will, alle haben All-In. Es ist sehr, sehr schwer, in Legacy of the Void, ein Starcraft-Spiel zu spielen, was auch wirklich Starcraft ist, was nicht nur All-In sind. Es ist echt krass. Wir machen es jetzt so, scheißegal, wie dieses Game hier läuft, ich lasse es jetzt drin und werde euch ein bisschen was erzählen. Ja, momentan gibt es ja sehr wenig Streaps von mir, was Starcraft angeht. Liegt einfach daran, dass ich momentan nicht so die Passion habe. Es gibt Tage, da habe ich richtig Bock zu zocken. Ja, dann zocke ich dann ein, zwei Stündchen. Und dann ist die Passion auch schon wieder vorbei. Also quasi der Durst auf Starcraft ist mit ein, zwei Stündchen in der Woche gesättigt. Es gab andere Zeiten, da konnte ich das Spiel wirklich jeden Tag spielen. Aber momentan... Ja, paddelt sich so bei drei Stunden in der Woche ein. Ich hoffe, dass die Passion wieder richtig zurückkommt. Ich denke aber auf jeden Fall schon, weil, wenn man, ihr kennt es bestimmt alle, wenn man eine längere Zeit Pause von etwas macht, Egal was, bekommt man wieder Bock drauf. Deswegen ist es ganz gut, irgendwann mal zu sagen, hier, wenn es überhaupt nicht mehr läuft und man gar keinen Bock mehr hat oder nur gefrustet ist, einfach mal eine Pause zu machen. Pausen sind wichtig im Leben. Und momentan bin ich an so einem Punkt, wo ich einfach sage, okay, ich schütte ein paar Länge. Und ja, achso, äh, und, äh, Blood War HD Remake ist angekündigt. Spätestens da wird auf jeden Fall die Passion zurückkommen. So, ich muss jetzt ein bisschen windiger reden. Ich erzähle noch nach dem Game ein bisschen was. Aber sonst kacke ich dir jetzt gleich völlig ab. Ich möchte wenigstens noch ein bisschen leben hier in dem Spiel. So, jetzt muss ich ein bisschen konzentrieren. Normalerweise kann ich reden und spielen. Aber, wenn man so lange nicht gespielt hat, sind die Mechanics ein bisschen eingerostet. Ich möchte auf jeden Fall ein Timing-Push spielen. Denn was anderes ist sehr, sehr schwer auszuführen. Und bei den momentanen Mechanics, die momentan wirklich sehr, sehr schlecht sind, werde ich kein Late Game gegen Zerg spielen können. Denn Late Game gegen Zerg ist pretty tricky. Ich muss ihn mal scannen. Okay, Spire. Spire ist nicht so schlimm. Ich habe noch genug Zeit. Spire ist eine Waffe. So, alle wichtigen Punkte abgedeckt. Das Gute ist, bei dieser Build habe ich schon direkt eine Armory. Ja, er ist halt komplett im Arsch. 0-3 Command Center. Der Drop hat jetzt halt kein Damage gemacht. Er hatte die Mutters früher draußen, als ich dachte. Jetzt baue ich. Jaja, er kann auch nichts machen. So, ich muss kurz warten. Ich braue drei Tore. Oh Gott. Mit mir neid, ich muss meinen Dings kütten. Wie gesagt, ich brauche einen ficken Push. Da gehe ich auf sieben Factories hoch. Der Push ist jetzt halt ein bisschen delayed. Das ist aber nicht weiter schlimm. Weil, ähm... Weil, ähm... Weil, ähm... Er 2-Base-Mutter gegangen ist. Und er selbst keine Units hat jetzt. So, jetzt auf jeden Fall... Schön Upgrades machen und die ganze Zeit Units durchpumpen. Units, Units, Units. Und wir werden gleich sehen, wie unter Supply in die Höhe geht. Ihr seht, unter Supply geht übelst in die Höhe. Und dann... So, auf Fischstück ist, ähm... Braun einen Raven. Bei dem Push. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. So, mit dem Raven... Gehen wir dann los. Warum den Raven fuckt der? Er hat... im Fest zum... Oh, Hydra. So, und damit können wir auch die Upgrades machen. So, brennt die Gell. Können wir los. So, und dann... So, und dann... So, und dann... So, und dann... so... So, und dann.. sehr gut. Sehr gut. Aber gut funktioniert. Ja, ok. Soll ich dieses Spiel jetzt nehmen oder soll ich es nicht nehmen? Das war natürlich wieder mal total für den Arsch. Das Problem ist einfach, hier übrigens schon den Decker zugedeckt. Das Problem ist einfach, jeder Zerg oder allgemein jeder Gegner schießt. Und aufgrund von diesem rumge-cheese im Early-Game, wie der zum Beispiel, Two-Base-Mutter, aufgrund dessen kommt kein richtiges Game zustande. Er hat sich dazu entschlossen, Two-Base-Mutter zu geben. Meine Build war quasi ein Hard-Counter dagegen, da ich schon eine Armory habe, direkt Thors und Liberator holen kann. Prinzessin, er hat ge-cheese, ist ein Win automatisch für mich. Ich vermisse diese Hard-Counter-Swarm-Zeiten, wo es einfach lange 30, 40, 50, 60 Minuten Makro-Games gab. Das vermisse ich echt. Gut, Freunde. Ach, wisst ihr was? Ich lade das Video hoch, scheißegal. Ich mache nochmal ein neues. Danke fürs Gucken und macht's gut. Ciao, ciao.